In diesem Video werde ich dir erklären, was genau Intuition ist, wieso es der Schlüssel zum Glück ist und wie du Intuition lernen kannst. Zuerst ist es wichtig zu verstehen, dass Intuition nicht gleich Bauchgefühl ist. Man sagt es zwar viel, weil es so halt am besten verstanden wird, aber eigentlich ist es nicht das gleiche. Bauchgefühl ist ein Gefühl vom Körper. Man fühlt etwas im Bauch und meint, dass das Bauchgefühl einem den richtigen Weg weist. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das nicht gut ist, also mache ich es nicht. Im Bauch ist aber auch das Sakralchakra. Das heißt, dort sind alle Emotionen gespeichert. Also kann es sein, dass unser Bauchgefühl nicht den besten Weg weist, sondern uns einfach Emotionen schickt, wie zum Beispiel Angst. Wir hören dann auf unsere Angst und verpassen so manch gute Chance vom Universum. Vielleicht wäre genau das die Chance auf unser Glück gewesen. Intuition ist außerhalb von unserem Körper. Es sind Eingebungen, die wir einfach plötzlich haben. Sie kommen vom Universum, von der geistigen Welt, vom Höheren Selbst, von Gott, von Allah oder von wem auch immer. Egal wer uns diese Eingebungen schickt. Hauptsache wir hören darauf. Diese Eingebungen können sich wie folgt ausdrücken. Man weiss plötzlich einfach etwas. Eine Lösung ist einfach plötzlich da. Als Gedanken. Das nennt man Hellwissen. Wir fühlen plötzlich etwas. Wie ein Warnsignal. Zum Beispiel ein ungutes Gefühl. Wo wir genau wissen, es ist nicht gut, wenn ich das jetzt mache. Und dann tun wir es auch nicht. Dieses Gefühl ist aber nicht vom Bauch. Oder ein beklimmendes Gefühl in der Brust. Sondern eher wie jemand, der uns so wie zurückhält. Wie ein liebevoller Hinweis durch Gefühle. Das nennen wir Hellfühlen. Wir sehen plötzlich etwas vor unserem inneren Auge. Ein ganz kurzes Bild. Meistens nehmen wir es gar nicht wirklich wahr. Weil es so schnell da ist und schon wieder weg. Aber es ist mit Emotionen gekoppelt. Und man weiss plötzlich einfach die Lösung. Dank diesem Bild. Dass man eigentlich viel zu unklar gesehen hat. Dies nennt man Hellsehen. Es gibt noch helle Riechen, hell Schmecken. Darauf gehe ich jetzt aber nicht ein. Das ist Intuition. Das sind mediale Fähigkeiten. Die jeder von uns hat. Die aber trainiert werden müssen. Das Leben kann wunderschön sein, wenn wir dem Universum aber auch die Chance geben, uns zu führen. Wenn wir aber immer am Kämpfen sind und uns Druck und Leid aussetzen, dann hören wir diese leise Stimme der Intuition gar nicht. Schau dir dazu bitte mein Video an Leichtigkeit im Leben finden Schluss mit Druck, Kampf und Leid. Wir müssen anfangen, das Leben nicht mehr als Kampf anzusehen, sondern eher als ein Spiel. Mein Vater hat immer gesagt, das Leben ist ein Eile-mit-Weile-Spiel. Manchmal musst du halt wieder zurück und kommst dann eine Zeit lang nicht mehr weiter. Meine Tochter würde jetzt sagen, chill das Leben, Mann. So ist das Leben. Es werden uns Steine vor die Füße geworfen. Schau sie aber nicht als Hindernis an, sondern bau dir damit eine Treppe, die dich zu deinem Glück führt. Denn diese Intuition wird dir immer den richtigen Weg weisen und dich zu deinem Glück führen. Wenn du das Leben mit anderen Augen ansiehst, dann kannst du auch in diese Ruhe kommen, die es benötigt, um diese Hellsinne zu schulen. Diese Hellsinne, diese Intuition, kannst du nur wahrnehmen, indem du leise bist, indem du still bist, in die Natur gehst, atmest, dieses Geplapper in deinem Kopf abstellst und einfach zuhörst. Bewusstsein nennt man dies auch. Darüber habe ich auch ein anderes Video in meinem YouTube-Kanal. Ich helfe dir gerne dabei, diesen Zugang zu finden, denn es ist der Schlüssel zu deinem Glück. Alles liegt in dir, du musst nur den Zugang finden. Gerne berate ich dich noch mehr darüber in meinem kostenlosen Beratungsgespräch. Den Link dazu findest du unterhalb von diesem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn du noch mehr hilfreiche Videos von mir möchtest, dann abonniere doch meinen Kanal. Ich wünsche dir alles Liebe auf deinem Weg. Deine Sandy Dein Weg zu dir sehst, Dein Weg zu dir sehst, Dein Weg zu dir sehst, zu dir sehst. Untertitelung des ZDF, 2020